hallo zusammen alex hier in diesem video gucken wir uns mehrere kopfhörer an mitunter studio und auch hifi kopfhörer wie zb den sony mdr 7506 das sind diese hier oder auch zwei unterschiedliche bayer dynamics kopfhörer los geht's und bevor wir thematisch hier so richtig einsteigen gibt es noch mal so ein bisschen eine kleine zeitgeschichte von meinen hifi kopfhörern oder hifi kopfhörern wie man das auch immer bezeichnen will und zwar habe ich hier solche alten philips shp 2700 die waren in der kiste mit dem elektro schrott die habe ich letztens vergessen wegzuwerfen nicht desto trotz diese kopfhörer hier die sind wie alt sind die vielleicht so zwölf jahre zehn jahre oder so und die sind auch ungereinigt die sehen so aus also hier befindet sich auch richtig so ein schmutzfilm dran akustisch sind die gar nicht mal so schlecht man kann sehen wie dreckig das hier auch alles ist sogar von außen sind die dreckig sogar von unten ist das hier alles so ein bisschen abgeschrubbelt hier also die habe ich echt viel benutzt und die klingen gar nicht so schlecht sind so mittelmäßig gemütlich diese polsterung die dichte teilt nicht so richtig ab auch hier die dämmung die haben eher so einen halb offenen charakter beziehungsweise diese ohrmuschel ist halb offen aber das schlimmste das wirklich schlimmste an so günstigen kopfhörern ist folgendes so und genau hier gucken wir uns stück für stück preislich leicht aufsteigende kopfhörer an welche ich benutze viele davon seit jahren und welche ich davon empfehlen kann als erstes möchte ich beginnen mit einer studio kopfhörer legende hatte ich vorhin schon ein bisschen gesagt und zwar den sony mdr 7506 es gibt wahrscheinlich kaum eine hollywood produktion wo der soundtyp der für den sound halt einfach verantwortlich ist nicht diese kopfhörer auf hat oder irgendein anderer oder regisseur solche kopfhörer auf hat und ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen ins detail hier auf diese kopfhörer eingehen wie gesagt studio kopfhörer sind das hier oben kann man auch studio monitor lesen also sind wirklich fürs studio gedacht diese kopfhörer kosten derzeit etwa 99 euro alle kopfhörer in diesem video habe ich dir unten in der beschreibung verlinkt zu amazon und zu thoman habe ich dort links rein gepackt das sind ihr viele links das heißt wenn du darüber etwas bestellt dann bekomme ich eine kleine provision und unterstützt meinen kanal damit und dafür bedanke ich mich schon mal recht herzlich zurück zu den sony kopfhörern die sind wie man hier außen sehen kann geschlossene modelle also ich habe fast nur geschlossene kopfhörer wo hier die hörmuschel geschlossen es gibt auch halboffene und offene systeme geschlossene systeme haben die eigenschaft die klingen so ein bisschen dumpfer und geschlossener haben aber den vorteil dass die nicht so stark außen geräusche halt einfach rein lassen außerdem ist dieser kopfhörer umschließend aber auch gerade so umschließend dieser kopfhörer hat eine impedance von 63 ohm was bedeutet das das ist im prinzip die leistung des kopfhörer verstärkers das kann zum beispiel ja telefon sein im schlechtesten fall oder auch so ein audio interface wie zum beispiel das road ai1 was ich hier gerade habe und wie viel power dann halt dieses audio interface oder dein computer oder was auch immer ein audio recorder halt braucht um diese kopfhörer zu befeuern das ist halt die impedance und außerdem bedeutet auch häufig dass hoch umige kopfhörer so ein bisschen hoch auflösender sind das heißt du brauchst du stärkeren kopfhörer verstärker eben dafür ist der klang der daraus kommt aus einem guten studio kopfhörer wesentlich hochwertiger also hoch aufgelöster detaillierter höhen mitten tiefen die kann man dann detaillierte halt einfach raus hören dieser sony kopfhörer gibt geräusche zwischen 10 hertz und 20.000 hertz wieder und er ist eher höhen betont das heißt so bei den besten da ist er nicht so besonders stark bei den mitten auch nicht aber in den höhen da geht er so richtig ab und das ist auch wirklich der grund weshalb dieser kopfhörer zum musikhören meiner meinung nach überhaupt nicht geeignet ist darauf gehe ich gleich noch mal ein diese kopfhörer oder dieses kopfhörer modell kann auch sehen rechts rot links blau also hat unterschiedliche farben das modell ist 30 jahre alt 1991 wurde dieses modell hier entwickelt und da wird quasi unverändert ausgeliefert so ein paar ganz kleine hier am kabel oder so veränderung hat es gegeben und die urversion ist sogar noch älter außerdem gibt es hier wie gesagt das kabel ist hier fest drin ein relativ langes spiralkabel und das spiralkabel finde ich persönlich eigentlich recht gut denn man kann es relativ lang ziehen und das relativ einfach lang ziehen es ist so weich aber von außen nicht klebrig also das kabel gefällt mir wirklich sehr für studio kopfhörer ein sehr sehr hochwertiges kabel das passt wirklich super außerdem ist der kopfhörer sehr leicht mit 230 gramm ohne kabel das ist wirklich sehr sehr leicht und es wird dazu noch eine tasche geliefert und zwar diese hier gibt es so ein sony aufdruck drauf und das ist hier eine sony tasche und das ist zum beispiel eine befüllte tasche mit einem beyer dynamic kopfhörer und man sieht hier schon ein bisschen den größenunterschied sollte klar sein weil das sony modell einfach zusammenzufalten ist und zwar kann man den so ich glaube so und dann einfach in die tasche packen das würde schon reichen und dann noch mal zum thema klappern der klappert natürlich so ein bisschen so auch aber ich drehe hier noch mal so ein bisschen rum ja also im vergleich zu dem philips vorhin knarrt der quasi gar nicht und wenn man den aufsetzt wenn ich jetzt zum beispiel nach vorne spreche ich höre mich schon sehr sehr gedämmt weil der unfassbar gut außengeräusche abdämmt aber die hörmuscheln sind auch nicht so besonders groß das bedeutet wahrscheinlich rede ich jetzt viel zu laut das bedeutet dass die gerade so über die ohren gehen der kopfhörer ist sehr sehr leicht sehr sehr komfortabel zu tragen auch längere zeit diese polster hier einige profis tauschen diese polster gegen velour polster aus wenn wir uns das hier mal in der kamera angucken dann kann man sehen dass es einfaches so ein leicht gewähltes kunstleder hier ist also das wirkt irgendwie alt und billig die halten auch nicht eine ewigkeit ist aber wohl erprobt über jahre hinweg dann gibt es hier so ein weiches in polster also relativ komfortabel lassen die sich schon tragen und ich finde auch das aussehen relativ zeitlos also das gefällt mir wirklich gut alle kopfhörer die ich hier vorstelle haben ein 3,5 mm klinken ausgang und bei fast allen kopfhörern das ist hier so sony in gold mit den grünen ringen hier und bei fast allen kopfhörern wird dann auch immer so ein 6,3 mm klinken adapter mitgeliefert das ist auch standard vom lieferumfang her wofür sollte man diese sony mdr 6506er kopfhörer benutzen zum musikhören nein wenn ich etwas auf meinem computer vielleicht ein equalizer leicht bearbeite für eine mikrofon voiceover aufnahme zum beispiel und will mir das ganze anhören und mastern also wirklich abschließend mixen und das dann bei youtube zum beispiel hochladen nicht mit diesen kopfhörern weil so wie man das selbst hört also so wie man die tonspur auf diesen kopfhörern hört wird es kaum ein nutzer hören die anderen geräte sei es lautsprecher sei es handys oder also smartphones oder tablets oder was auch immer oder computerlautsprecher die haben wesentlich eine höhere bassempfindlichkeit als diese kopfhörer das muss man einfach so sagen diese kopfhörer sind geeignet um insbesondere bei einer aufnahme sich selbst abzuhören das heißt würde ich mich jetzt selbst ich nehme übrigens gerade mit dem zoom f6 recorder auf hier das ding reinstecken dann könnte ich mich sehr sehr hervorragend selber abhören und ich könnte durch die höhenverstärkung wirklich jedes knistern jedes undeutliche sprechen sehr stark mit den kopfhörern heraushören das heißt die sind sehr sehr stark dafür gemacht um zu hören wird der ton auch gerade perfekt aufgenommen dafür sind diese kopfhörer gemacht und auch sehr beliebt ich nutze diese kopfhörer im alltagseinsatz relativ selten als nächstes haben wir hier in der geschenkverpackung die bayern dynamic dt 770 pro 80 ohm so die haben hier ein relativ langes kabel und diese tasche gibt es halt einfach dazu hier kann man seinen namen drauf schreiben wenn man es unbedingt braucht die kopfhörer hier kosten 125 euro in etwa sind auch manchmal ein bisschen günstiger zu bekommen die haben auch geschlossene ohrmuscheln wie man hier deutlich sehen kann also hier ist nichts offen hier kommt auch nichts durch die dann auch außen geräusche relativ gut ab und diese kopfhörer sind so groß man müsste jetzt eigentlich nochmal also diese ohrmuscheln sind so groß wenn ich hier die sonys dagegen halte kann man sehen kann man das so sehen man kann es so relativ schlecht sehen ja so kann man so ein bisschen sehen also wie viel größer die ohrmuscheln von dem bayern dynamic im vergleich zu dem sony kopfhörer halt einfach sind und wenn ich diese hier auf setze dann ist das auch wieder sehr sehr gut abgedämmt die sonys dämmen nach außen hin sogar noch fast ein bisschen mehr ab aber die bayern dynamic die sitzen ein wenig besser das heißt die umschließen wirklich das ganze ohr durch diese großen ohrmuscheln und dann gibt es ja diesen velour aufsatz hier der auch unfassbar schön abdichtet der macht das ganze eigentlich wirklich wirklich relativ schön von innen gibt es dann hier so einen kleinen einsatz nochmal und ansonsten auch von der komfortabilität tragfähigkeit sage ich einfach mal ist das hier oben mit so ein bisschen ja kunstleder hier oben nochmal gedämmt das ist beim sony auch so mittel gut da sind diese kopfhörer nicht so extremst gut insgesamt sitzen diese aber wirklich sehr sehr gut und ich kann diese auch insbesondere durch diese velour auflage zum beispiel länger tragen als die sony kopfhörer ich persönlich wir haben hier das 80 ohm modell das steht immer hier die 77 pro und dann hier an der seite steht 80 ohm drauf auf der anderen seite steht das auch nochmal und das kabel ist hier übrigens fest verbaut das ist auch so ein ganz einfaches dünnes drei meter langes kabel und 80 ohm bedeutet der hat schon ein bisschen mehr power braucht der um angetrieben zu werden aber das kann eigentlich immer noch jedes normale smartphone am iphone geht das ding ohne probleme zu bespielen und auch die meisten computer und auch audio interfaces auch können das ding wirklich befeuern also 80 ohm modell hier 5 hertz bis 35000 hertz gibt dieser kopfhörer wieder und er hat eine deutlich linearen frequenzgang also die höhen sind zu hören aber nicht so stark manchmal auch nicht crisp genug also nicht deutlich genug um auch wirklich fehler manchmal zu hören aber sehr lineare tongang und vor allem die tiefen kommen hier auch sehr sehr gut rüber und das modell eignet sich meiner meinung nach auch obwohl studio kopfhörer steht jetzt nirgendwo drauf ist aber auf jeden fall ein studio kopfhörer diese links und rechts bezeichnung ist hier übrigens relativ klein drauf hier ist rechts und hier ist links man erkennt das aber immer dass das kabel nur auf einer seite raus geht und das ist dann immer hier auf der linken seite und deshalb kann man sich die immer so aufschmeißen und beim frequenzgang und darauf noch mal zurückzukommen die tiefen die sind vielleicht so ein bisschen angehoben würde ich schon sagen aber vor allem klingen die auch in diesem kopfhörer sehr sehr gut und ausgewogen in diesem 80 ohm modell sagen wir mal so mittelmäßig man kann diese kopfhörer wirklich zum master nehmen also wirklich wenn ich mir etwas abhöre ich bearbeite noch mal ein equalizer bei einer voice over ton spur dann kann ich was ich in diesen kopfhörern höre tatsächlich auch bei youtube so nehmen denn das hören auch viele ähnlich in ihren endgeräten so also dafür eignen sich die kopfhörer meiner meinung nach sehr sehr gut auch zum live abhören eignen sich diese kopfhörer meiner meinung nach relativ gut und wie gesagt das sind so ein bisschen so ein allrounder modell damit kann man fast alles machen meiner meinung nach wenn man sich auch wieder dieses modell anguckt hat vielleicht das nicht das modernste design das ist kunststoff das ist metall ich mache noch mal diesen knacktest also ganz leicht sind diese kopfhörer lauter das hört man auch wenn man die aufsetzt im vergleich zu den sony kopfhörern und dieses modell wie ich schon sagte nicht mehr das neueste 35 jahre alt also seit 35 jahren wird das modell nicht unverändert aber schon so ähnlich von biodynamics verkauft und auf den markt gebracht und dieses kabel ist hier auch fest verbunden das heißt das kann man so auch nicht ohne weiteres rausnehmen 284 gramm ohne kabel wiegt der kopfhörer damit ist er immer noch meiner meinung nach relativ leicht insgesamt die absolute empfehlung als allround kopfhörer und für 100 ungefähr 120 125 euro derzeit wirklich ein wunderbares paar kopfhörer mit denen man eine menge machen kann ja und wenn man an seinem computer ein einigermaßen gutes audio interface sound karte was auch immer hat wie zum beispiel diesen road a1 hatte ich ja auch mal vorgestellt die haben hier einen sehr sehr guten kopfhörer verstärker der ist wirklich außerordentlich gut das muss ich nochmal so erwähnen also bis geräte bis 200 300 euro einer der besten kopfhörer verstärker die ich je gehört habe wirklich sehr sehr gut aktuell habe ich an meinem mac ein sound devices mix pre 3 zweite generation angeschlossen auch wunderbare kopfhörer verstärker und die brauchst du auch um diesen kopfhörer hier zu betreiben du wirst optisch keinen unterschied erkennen zwischen diesem kopfhörer und den kopfhörern die ich dir gerade gezeigt habe das ist der dt 770 pro von der bayern dynamic in der 250 ohm variante der sieht wirklich eins zu eins so aus das kabel ist fest verbaut die muscheln sind genauso alles ist ganz genau das einzige was sich hier äußerlich zumindest ändert ist hier die impedance von 250 ohm da steht hier auch wieder auf beiden seiten drauf hier steht es auch nochmal und für alle kenner und die leute die es genauso wie ich hass lieben die haben hier so ein spiralkabel mitgeliefert die kopfhörer die kosten übrigens auch 125 euro gleicher preis und dieses spiralkabel ist auch so mittellang ungefähr so lang wie beim sony aber ich mag das kabel hier nicht das kabel ist irgendwie zu stark in sich geschwungen so dass man relativ viel kraft braucht um das auseinander zu ziehen und das ist meiner meinung nach einfach zu viel kraft die man braucht und das lässt sich dann nicht so gemütlich tragen die kopfhörer mit diesem kabel wie die sony mdr 75 06 hat die ich ja vorhin gezeigt habe übrigens bei den anderen bayern dynamic wie auch diesem hier das gleiche spiel mit den 3,5 mm klinkenstecker vorteil ist wenn man die kopfhörer so hat ist das kabel schön kompakt aber mir gefällt das so wirklich nicht was ist denn nun der vorteil von diesen 250 ohm modell also der sound der ist hier etwas satter ich hatte das ja vorhin gesagt so ein bisschen ist nicht so eine generelle aussage aber so eine tendenzielle aussage je höher die ohm zahl von studio kopfhörern desto feiner kann er geräusche auflösen das ist nicht eins zu eins das stimmt nicht so und auch wenn ich jetzt 80 ohm oder 300 oder 600 ohm kopfhörer habe dann bedeutet das nicht dass die 600 ohm kopfhörer vielfach so gut sind wie die 80 oder 300 ohm kopfhörer das stimmt so nicht aber bei diesen kopfhörern hier wenn man denn ein kopfhörer verstärker entsprechend hat da braucht man schon was ordentliches zum beispiel so ein focus right scarlet solo oder die ist 2i2 das hat einen schlechten kopfhörer verstärker und da wird das schon ziemlich eng diese kopfhörer hier zu betreiben aber ansonsten wenn du einen solchen kopfhörer verstärker hast dann lohnt sich diese kopfhörer hier auf jeden fall denn du hast etwas mehr höhen etwas mehr tiefen der ganze frequenz das ganze frequenzband ist so ein bisschen hoch aufgelöster man hört das so ein bisschen den unterschied im vergleich zu dem 80 ohm modell es ist aber auch kein tag und nacht unterschied das heißt wenn du genau die kopfhörer vergleichst dann hörst du einen unterschied und meine empfehlung ist wenn du einen guten kopfhörer verstärker hast greift zu den 250 ohm modell und wenn du einen weniger guten kopfhörer verstärker hast vielleicht auch dein smartphone benutzen willst um solche kopfhörer zu betreiben dann hol dir das 80 ohm modell es gibt auch noch ein 32 ohm modell das ist eigentlich für smartphones gedacht noch ein bisschen geringere impedanz löst dann auch noch weniger gut auf hat ein kürzeres kabel kostet auch so in dieser preisregion die sind dann aber meine ich akustisch nicht mehr ganz so gut die sind auch noch vollkommen okay aber nicht mehr ganz so gut wie diese kopfhörer und wie ich vorhin schon sagte ein iphone kann ohne probleme die 80 ohm dinger die 80 ohm das 80 ohm modell wirklich sehr sehr gut betreiben deshalb gibt es für mich persönlich keinen grund zu den 32 ohm modell zu greifen und als letztes gibt es hier noch ein kopfhörer modell was eigentlich eher unüblich ist in dieser studio mikrofon klasse das sind hier meine guten mittlerweile schon relativ alten bose qc 35 das ist noch die erste generation es gab auch die 25 er es gibt jetzt aktuell die qc 35 mark 2 also die zweite generation von diesen kopfhörern so drastisch unterscheiden die sich quasi nicht das modell nummer zwei das aktuelle modell kostet derzeit etwa 200 euro das besondere an diesen kopfhörern ist du kannst sehen kein kabel dran hier kann man kabel anschließen und zwar dieses hier das hat auf der einen seite ein 3,5 mm klinkeneingang und auf der kopfhörer seite ein 2,5 mm klinkeneingang und das kann man hier dann einfach so entsprechend reinstecken da kann man die kopfhörer auch mit kabel betreiben ansonsten nutze ich auch meistens tatsächlich bluetooth insbesondere kann man die hier einschalten da kann man noise cancelling einschalten diese kopfhörer sind im bereich noise cancelling also störgeräuschunterdrückung wirklich ziemlich gut außerdem sitzen diese kopfhörer auch wirklich ziemlich gut die haben eine sehr sehr gute außen geräusch abdämmung dämmung abschirmung ohne noise cancelling und dann kommt noise cancelling noch dazu und das ist echt mega bei diesen kopfhörern also ein ganz bisschen knarzen die aber wenn man die auf hat knarzen die eigentlich auch gar nicht mehr also diese verarbeitung hier gefällt mir eigentlich sehr sehr gut außer diese hörmuscheln hier ist so ein memory schaum drin der kostet auch relativ viel geld ich habe mal diese hier austauschen müssen weil die halt irgendwann abgeblättert sind und dort habe ich dann hörmuscheln diese schaum dinger genommen von den bose qc25 denn die sind auch mit diesen kopfhörern hier kompatibel geschlossenes modell die ohrumschließung hier ist wirklich auch wieder sehr sehr gut relativ große ohrmuscheln hier passt auch das ganze ohr rein also hier ist ziemlich viel platz drin falls man das so sehen kann hier ist mehr platz als auf der seite hier ist weniger platz hier mehr platz also diese ohrumschließung ist wirklich sehr sehr gut aber es wird auch irgendwann schwitze ich hier drunter ich haue mich mit diesen dinger manchmal auf dem balkon raus und da fahren dann autos lang im sommer lege ich mich so ein bisschen in die sonne rein und damit ich dann die autos nicht so höre höre ich mir irgendeinen podcast oder so rein setze diese kopfhörer hier auf und dann wird es dann irgendwann mal schwitze ich drunter das ist dann halt einfach so ansonsten wie gesagt qualitativ sehr sehr gut ein bisschen knarren die ich glaube das war am anfang auch nicht da aber störend war das vorher noch nie ist mir das nicht störend aufgefallen 52 1500 amazon bewertungen sind derzeit zu diesen kopfhörern zu finden also ich bin nicht der einzige der diese kopfhörer hat und benutzt und die sind mit 4,7 von 5 sternen bei amazon bewertet die haben die interne impedanz von 32 oben das deutet schon mal darauf hin dass die auflösung dieser kopfhörer nicht die allerbeste sein sollte was mir noch ganz gut gefällt ist hier oben das polster das fühlt sich wirklich ziemlich hochwertig an und ich dachte das nutzt sich irgendwann ab und das macht ihr immer noch einen sehr sehr hochwertigen eindruck und ist noch immer nicht so abgenutzt wie ich dachte 32 oben das heißt die impedanz ist nicht so hoch und die kopfhörer lösen auch nicht so hoch auf der frequenzgang ein bisschen badewanne könnte man sagen das heißt dass die höhen so leicht angehoben sind die tiefen auch eher angehoben sind Bose typisch bei Bose lautsprechern kopfhörern hast du meistens die tiefen angehoben mitunter deutlich angehoben und das sind im vergleich zu den ganzen anderen kopfhörern halte hi fi kopfhörer wie man das auch immer bezeichnen möchte das heißt die sind für den endkonsumenten gedacht das heißt aber auch wenn ich mir zum beispiel wenn ich ein video mixe schneide oder vertone halt einfach dann kann ich mit diesen kopfhörern schon ziemlich gut mir anhören wie es ein endkunde hören könnte weil diese Bose kopfhörer sind ja relativ gut verteilt sage ich mal so dass es irgendwelche leute gibt die ähnliche kopfhörer oder eben ja musikkonsumprodukte benutzen daher ist das gar nicht mal so dumm um irgendwas generell anzuhören wie perfekt oder gut eine tonspur oder mikrofon ist würde ich diese kopfhörer nicht benutzen außerdem haben die immer so ein relativ leichtes weißes grundrauschen wenn man die noise cancelling funktion hier aktiviert das heißt das rauschen von mikrofon wirst du damit überhaupt nie abschätzen können der klang ist was ich schon sagte er warm und nicht so definiert nicht in den mitten und nicht in den höhen also da fehlt manchmal deutlich etwas wenn du wirklich einen exakten audio eindruck haben möchtest dann würde ich dir eher zu den bayern dynamic oder halt zu den sony kopfhörern definitiv raten und nicht zu diesen Bose kopfhörern hier aber als konsument kannst du das durchaus sehr sehr gut benutzen ja was bleibt am ende über wenn ich mir ein kopfhörer von diesen ganzen kopfhörern aussuchen müsste zum arbeiten zum video schneiden wenn ich wo es auch was aufnehme und wirklich zum arbeiten und auch hin und wieder musik hören würde ich jederzeit zum dt 770 pro 250 ohm modell von bayern dynamic jederzeit wieder greifen wenn ich nicht so einen guten verstärker oder audio interface hätte dann würde ich zum 80 ohm modell greifen und wenn ich halt eher nur konsumieren würde dann würde ich eher zu diesen Bose bluetooth kopfhörern greifen da bluetooth einfach in der heutigen zeit praktischer ist meiner meinung nach wenn ich quasi diese kopfhörer nicht zum schneiden benutzen möchte sondern nur zum abhören meiner mikrofone weil ich draußen mit dem mikrofon irgendwas aufzeichnen dann würde ich diese sony mdr 75 06 empfehlen und eine besonderheit gibt es noch bei diesem bayern dynamic das sind ja die günstigen 125 die einigermaßen günstigen es gibt auch von bayern dynamic das modell dt 1770 also da ist noch eine 1 hier vor pro 250 ohm und die kosten etwa 425 euro und das modell klingt dann auch wirklich noch mal leicht besser ich habe das modell nicht ich habe reviews dazu gelesen das soll noch mal so ein bisschen höher auflösender sein einfach auch noch mal detaillierter und das hat dann hier an dieser hörmuschel von austauschbaren xlr stecker den man hier raus und rein stecken kann und mit diesem mikrofon wird dann gleich geliefert ein glattes kabel und so ein spiralkabel also du hast dann die wahl welches kabel du benutzen kannst und das finde ich persönlich sehr sehr gut 425 euro kosten die es ist eine stange geld der größte nachteil für mich ist jetzt noch warum ich mir die noch nicht bestellt hatte die wegen 376 gramm ohne kabel die sind also deutlich schwerer es ist ein ganz ganz wichtiges komfort merkt mal bei kopfhörern wie schwer ein kopfhörer ist und ich persönlich mag lieber leichte kopfhörer die stundenlang tragen kann und das kann ich mit dem bayern dynamic dt 77 pro auf jeden fall und mit schweren kopfhörern merkt man einfach mal wie eines genick weh tut weil man einfach ungewohnt mehr gewicht im nacken hat und deswegen bin ich dann auch am überlegen bislang habe ich mir die noch nicht gekauft und ich weiß noch nicht ob ich mir die jemals kaufen werde ja das soll es gewesen sein zu diesem doch einigermaßen lang review sorry fürs rumlabern aber ich finde manchmal weil es so eine gefühlssache ist muss man da auch länger drüber reden das ist zumindest meine meinung dazu weil es ja ganz viel gefühlt auch ist wie man kopfhörer empfindet halt und es ist auch ganz subjektiv links wie ich sagte ist und in der beschreibung ich würde mich über ein like freuen du darfst diesen kanal auch gerne abonnieren falls noch nicht geschehen und ich bedanke mich bei dir fürs freundliche zusehen und bis zum nächsten video ciao